Herzlich Willkommen bei Faszio, dem ganzheitlichen Faszientraining. Wir brauchen heute, um die Elastizität zu trainieren, einen Ball, einen elastischen Ball. Genau, da wollen wir unseren Fuß draufstellen und erstmal so locker drauf wippen, schön durchlässig sein. Bis hier oben hinlocken, alles schön. Nimm die Elastizität des Balles in den Körper mit auf. Also nicht den Ball treten, sondern den Körper elastisch mit wippen lassen. Genau, die Rückfederung, der Kraft, die du reingibst, bringt dich wieder hoch. Mach alles ganz locker. Mal die andere Seite. Genau. Auch hier. Sehr schön, super. Jetzt mal wechseln, hin, hopp und her. Heff, hopp und heff. Sieht gut aus, sehr schön. Gut, kannst du auch ein bisschen schneller? Ganz klein bisschen schneller. Achso, ich dachte, ja, ein bisschen schneller. Ja, machen wir ein bisschen schneller und dann immer schneller werden. Und jetzt machen wir 1, 2, 3, stehen. 1, 2, 3, stopp. 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 Ja, super. Okay, das mit dem 1, 2, 3 hat die Idee, dass du mal bist du mit dem Fuß drauf und mit dem 1, 2, 3 landest du mit dem anderen. Super. Super, ne? Gut. Jetzt tippen wir da drauf und du bewegst langsam den Ball vor dir her. Schön hopsen, also Elastizität, aber bewege dich dabei durch den Raum. zur Seite, nach vorne. Du weißt ja, ihr könnt das super. Also schneller. Und jetzt kommt wieder 1, 2, 3, stopp. 1, 2, 3, halten. 1, 2, 3, halten. 1, 2, 3, halten. So ein bisschen wie Stocktanz. 1, 2, 3, halten. Genau. Und jetzt tauschen wir die Bälle. Nochmal. Okay. Warte. Okay. Und. Ha! Nochmal. 1, 2, 3. Hui. 1, 2, 3. Hui. 1, 2, 3. Und letzten. Cool. Super. Sehr schön. Abschließend lässt du nochmal den Fuß um den Ball herumschmeicheln. Und dabei, ganz propriozeptiv, den Fuß mal nach hinten bewegen. Und dann auch die anderen. Sehr schön. Hey Miriam, sag mal, gibt es Informationen über Fastio eigentlich nur auf der Website www.fastio.de? Natürlich nicht. Facebook, Instagram und unseren YouTube Channel. Cool. Good. 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 Vielen Dank.